Jetzt muss ich aber mal kurz gucken, wie ist jetzt hier mit dem Strom? Ich meine, ich glaube nämlich, bei der war es so, dass die... Weil der kostet nämlich ewig viel Betriebskosten und ich glaube, die Windkraftanlage nämlich nicht. Die hat nämlich, glaube ich, keine Betriebskosten. So, reicht die mit dem Strom? Ja, die reicht nämlich nicht. Die hat nämlich nicht so eine große Lauf-Reichweite-Dingenswurz, ne? Achso, da kriege ich wahrscheinlich keinen hin, ne? Keinen Weg hin. Ach, das ist doch... Es ist so dämlich gemacht. Naja, muss ich mich halt drum kümmern, wenn es ausfällt. Dass ich den irgendwie an den Weg andopse oder sowas. Keine Ahnung, wie ich es machen sollte. Eine Wanderspinne ist schon tot. Das ist ja so. Müssen die Dinger anschalten. Dringend anschalten. Hä? Wenn die sich automatisch in Betrieb gesetzt? Wenn ich es nicht in Betrieb mache, dann heizt's. Ja, dann machen wir halt nicht in Betrieb rein. Hä? Ne, dann muss ich eben mit... Nicht in Betrieb. Es ist halt einfach Baguital, weißt du. Ist halt einfach so. So, wem gefällt denn der Hundeball hier? Ein Leistenkokodil. Cool. Bitteschön, endlich was zum Spielen. Das ist für die Riesenschildkröte ne Idee. Ein Futterball. Ich hoffe, ihr kriegt trotzdem noch euer Futter. Auf dem Pfau habe ich noch nichts. Okay. Yay. Die Wanderschildkröte. Äh, Wanderspinne. Wanderspinne. Spinne. Dann kriegt die natürlich jetzt erstmal ein schöneres Gehege. Scheiße. Das habe ich auch voll verpennt, ne? Das habe ich ja voll verpennt. Okay, wir haben hier nur ein Weibchen. Das heißt, ich hätte hier gern noch einen... Ein Männchen noch dabei. Weibchen, 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 Männchen. So. Dann haben wir da ein Pärchen drin. Wer weiß, ob die sich irgendwie paaren. Keine Ahnung. Hallo, die sind doch jetzt glücklich. Was habt ihr denn? Die haben zumindest hier ein bisschen Futter. Die haben wieder kein... Kann doch nicht so schwer sein zu füttern, oder? Sollte man zumindest meinen, dass es nicht so schwer sein kann. Ah. Kann natürlich sein, dass es jetzt auch Bucky ist, weil nur der Futterball gefüttert wird... Äh, gefühlt wird, der immer wieder wegkommt. Mit dem Hang kommt irgendwie das Spiel nicht so klar, ne? Ihr müsst die Tiere füttern, Leute. Bitte. Ah, liegt ewig viel Futter drin. Oh Mann, ey. Oh, okay. 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 Egal wo ich ihn hin tue, der Roll weg, oder? Ja, das ist voll für den, naja, wisst schon. Okay, bringt mir nicht viel. So, wie sieht es jetzt aus mit meinem, was? Ach, ich brauche einen Forschung, ich, ich setze zwei Tierplätze zur Forschung ab, habe nur ein Forschungseinrichtung? Deshalb geht es so langsam voran und ich frage mich die ganze Zeit, was das soll. Ich muss halt hier hin an Eingang, da muss ich jetzt dann ein bisschen verschönern, bald mit, und ein paar Bäume hinsetzen, glaube ich. Dass man das hier nicht so sieht. Ah, nicht ganz so hoch ist, so ein bisschen kleiner, ja, ja. So, dann sieht man das gar nicht mehr so. Ah, Gott, hier sollte ich das auch ein bisschen zumachen. Gut. Okay, das haben wir noch. So. Dann sieht man da schon gar nicht mehr so viel davon. Das wäre gar nicht so schlecht. Okay. Gut. Dann müsste jetzt eigentlich die Forschung ein bisschen schneller vorangehen. Jetzt machen wir hier nochmal das Leistenkogodil, weil das ist, glaube ich, wenn das so ein Zufriedener ist, wird das wahrscheinlich unser Geldbringer sein. 520, 550, das heißt schon mal 1000 drin davon. 4000. Krass. Okay. Die Dinger brauchen wir noch. Dringend. Na, jetzt duckt das wieder nicht an, ne? So, hier muss der Pfau rein. Hier kann ich wahrscheinlich wieder nichts bauen, ne? Ah, doch, kann ich sogar. Einmal die Riesenschiebröte, dann bräuchte ich ein Vivarien-Infotabel. Der Wanderspinne. Und dann bräuchte ich eigentlich hier oben noch... Ach, das Gestell dockt es oben an, aber... Der Fernseher... Mit Fernseher macht es das nur unten hin. Okay, na dann. Machen wir es halt so rum. So, was wir brauchen ist das hier, weil das gibt nämlich Bildung. Dann machen wir hier noch eins hin. So, da fange ich von oben an. Meistens weiß ich später nicht mehr, was ich genommen habe. Es gibt nämlich ein bisschen Bildung dazu. Brauchen wir dringend. So, der Pfau. Ja, erforscht einfach weiter. Ihr macht das schon. Wo ist der Grizzly? Ach, ihr habt schon wieder kein Essen. Wieso funktioniert das denn nicht? Kann das nicht sein, oder? Okay, vielleicht klappt es mit der Beschäftigungs-Hutterbox, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht klappt es ja. Kann ja nie wissen. Gucken wir mal, ob die gefüllt wird. Der Tierpfleger geht rein. So, den Dreck weg. Aber es wird wieder niemand gefüttert. Es ist so... Boah. Ich finde es so ärgerlich. Das Spiel ist eigentlich so toll, aber... Es ist einfach nicht spielbar, so finde ich. Du hast schon wieder kein Futter mehr. Und du kannst halt Tierpflege einstellen ohne Ende. Und es bringt halt einfach nichts. Es bringt nichts. Gehen ja immer rein und gehen dann, weil sie nichts zu tun haben. Zumindest Geld geht hoch. Aber eigentlich wirst du da dann auch gar kein Grizzly bauen. Äh, gar nicht weiterbauen, wenn du weißt. Das klappt eh nicht. So, den Grizzly. Den Grizzly, den Grizzly. Ich sollte mich noch nicht so arg ausbreiten. Entweder da drüben, aber da möchte ich eigentlich... Hier vielleicht. Dann kann ich hier ein bisschen was von dem Fels mit reinnehmen. Ist ja eigentlich auch ganz schön. Ich muss mal kurz gucken, was der braucht. Kletterschutz. Der braucht sogar Kletterschutz. Dann bauen wir mal Kletterschutz dann, ne? Mindestens Grad 4. Das heißt also, wir sollten schon die Mauer da nehmen. Sonst bringt das nichts. Ich würde hier gern aber ein bisschen was von den schönen Felsen mit reinnehmen. Sieht einfach schön aus. Bisschen viel Wasser mit rein. So, und dann... So, und dann... Warte mal. So. Boah, ich hasse das, dass ich das jetzt so schön bauen lasse, wie ich das gern hätte. So. Zack. Dann einen Kletterschutz. Dann einen Kletterschutz. Kletterschutz? Hä? Geht das bei dem nicht? Aber das muss doch gehen. Alsoinc Luck, das muss ich auch sehen. Dann fallen wir mal an. Dann rein hier. Das ist jetzt ein Problem. So geht das jetzt nicht? Immer noch bei Barrieren. Vielleicht wird es dann besser. Ja, macht einfach mal weiter. Ähm, jetzt ist halt die Frage. Okay. Liegt das an der Ziegelsteinmauer? Klettersicher. Ja, aber das ist doch doof. Das hält Christli nicht aus. Noch grad vier. Ich bin grad echt verwirrt. Vor allem am Wasser brauch ich es doch auch. Das geht doch gar nicht. Wenn ich es einfach nur höher mache? Huch. So vielleicht irgendwie? Kann ich doch nicht drüber klettern, oder? Das Glas können wir doch aber klettersicher machen, nicht? Huch. Moment. Und? Oh, nett. Ich verstehe es nicht. Leute, tut mir leid. Keine Ahnung, ob der jetzt rauskommt, der Grizzly. Ich hätte da gerne noch mal ein Männchen dazu. Der Benjamin. Ich darf in Quarantäne. Der darf dann gleich mit rein. Ja. Wird bald besser. Kriegen halt grad auch schlecht Futter, die Viecher. Bisschen schwierig grad. Ähm. Jetzt auf der Grizzly warten. Jetzt ist er da. Das heißt, jetzt müsstest du eigentlich ihn erforschen können. So, jetzt machen wir mal kurz eine Pause. Der hat ein riesen Gehege übrigens, ne? Voll geil. Richtig schön. Fällt mir gut. Ähm. Wir haben doch neue Sachen auch erforscht. Das ist fürs Leicen Krokodil was Leckeres. Wenn ich die neu baue, dann haben die schon was drin oder wie? Habt ihr alles drin? Okay. Eine Reibetafel. Das ist Leicen Krokodil. Also eigentlich müsst ihr euch jetzt besser gehen, oder? Du müsstest jetzt relativ zufrieden sein. Ja. Sehr gut. Jetzt wird's besser. Leute. Jetzt wird's besser. Beschäftigung durch Spielzeug. Ja. Ich hab halt grad nix, was ich euch noch geben könnte. Also noch einen Sprinkler. Ah ja. Das hilft. Okay. Gut. Oder Beschäftigung. Dann kriegt er halt noch so ein Bällchen. Und noch einen Sprinkler. Also jetzt sind meine Tiere da super zufrieden. Außer halt, dass ich keine Essen mehr kriege. Aber... Es wird übergewertet. Tja. Versteh ich nicht. Ich versteh's echt nicht, dass das nicht funktioniert. So. Jetzt müssen wir aber mit Grissi noch kümmern. Warte mal. Äh... Wo ist denn... Ah, ist ein Labodo. Cool. Oh ne. Wir platzieren. Oh ne. Gezweckung. Ich richte es an. Ich kann da nichts tun. Nach... nach ober. Versteh ich natürlich. Versteh's echt nicht. So. Bildung noch eins mehr. Abholzeln der Wälder. Das passt doch hier ganz gut hin. Was suche ich gerade? Ich suche die Spendenbox. Wo ist die Spendenbox? Ach, weil ich hier nicht alles ausgewählt habe auch. So. Wir wählen jetzt diesmal mal den Grissi aus. Der Grissi klettert anscheinend gerne. Und er schwimmt übrigens auch gern, wie man sieht. Und er schwimmt übrigens auch gern, wie man sieht. Und er schwimmt übrigens auch gern, wie man sieht. So. Na dann machen wir es halt so. Nur Rampe? Rampe? Wenn du schon ne Rampe bist, dann duck dich doch auch richtig an. Oh Gott, das will... Oh Gott, das will... Oh Gott, das will... Oh Gott, das will... Das bringt mir so ja gar nix. Wieso kann ich da wieder x nicht drücken zum bewegen? Verstehe es nicht. Geht nicht. Das ist doch alles... Das ist doch alles... Ich will nicht ran... Wieso kann ich das mit x jetzt nicht... Dass ich das grundsätzlich jetzt bewegen kann. Das verstehe ich nicht. Das klappt doch niemals so, dass er da gescheit klettern kann, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Du kriegst nicht so eins, dir baue ich auf jeden Fall ne Höhle. Äh... Wärmegerät wirst du nicht brauchen. Bin mir ziemlich sicher. Ja. Du brauchst jetzt erstmal ganz viel... Ähm... Was baust du? Fels kann ich dir ein bisschen mehr machen. Das lange Gras. Das lange Gras muss halt auch weg. Wo ist langes Gras? Hier. Sooo... Haben wir auch schön weit weg. Oh, das wird ätzend, das alles zu finden, glaube ich. Das lange Gras. Weil eigentlich sehe ich schon wirklich gar keins mehr. Jaja. Ist okay. In der Ahnung wo hier noch langes Gras dabei ist. Ja, es ist schon besser. Okay. Baue ich jetzt erstmal ne Höhle. Setz mal einfach hier mitten rein. Nach hinten lassen wir Platz. Da braucht man nix und wen was bauen. Äh, wo kommst du her? Nordamerika. Cool. Toll. Taiga gemäßigt und Tundra. Okay, also entweder die weißen oder die hier. Wir nehmen die hier. So, mein Freund, du kriegst ne recht große Höhle, hätte ich gesagt. Und schön mit verschiedenen Felsen, damit es einfach ein bisschen unterschiedlich aussieht. Hier noch so ganz groß nach hinten. Das sieht eigentlich auch ganz schön aus. Äh, du, du, du. Vorne gerne noch einen relativ schmalen, aber auch recht hohen Felsen einbauen. Mal recht klein, dass du die Füchter um klein draufsetzt. Ne, das sieht zu doof aus, wenn ich da jetzt noch was hinsetze. Okay, wir gucken jetzt mal kurz, wie wir es ein bisschen machen. So. Jetzt ein bisschen zu groß. Der ist ganz gut, aber von der Form her blöd. So, jetzt müssen wir hier wohl den Deckel draufkriegen irgendwie noch. Ah, mich huckt's. Da. Oh, das ist immer das Schwerste, find ich dabei. Gut, er hat sich Pause gedrückt, sonst würde ich jetzt durchdrehen. Ja, jetzt müsste ich ihn halt noch höher kriegen. Oh, jetzt ist er drüben rausgekommen. Ach, das bauen ist so schwierig teilweise. Ich möchte auch ne Möglichkeit, den nicht drüber zu hauen. Ah, ne. So in der Art? Gibt eigentlich ganz cool aus, find ich. Weil er eigentlich ein bisschen... so. 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 So hätte ich ihn gern, ja. Und das dahinter kriegen wir nämlich auf jeden Fall auch so irgendwie zu. Ah, es ist gar nicht so einfach. Müssen wir nach hier vorne irgendwie noch kommen? Eigentlich können wir doch hier zumachen. Was ist das denn eigentlich? Was ist das? Und... Das dahinter ist jetzt eben so. Und die BRAG остан? Machen wir hier noch irgendwie zu? Ja! Das Gras muss ich irgendwie wegkriegen. Aber ich seh ja gar nicht mehr wirklich Gras. Muss halt so irgendwie weg. Jetzt, 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 jetzt. Jawoll. Voll geil. Okay, du willst Pflanzen. Ich weiß, dass du Pflanzen willst.